herzlich willkommen zu diesem mal ein podcast ich freue mich dass ich heute gäste dabei habe und zwar ist das für mich das erste mal überhaupt dass ich gäste mein podcast dabei habe heute ist das der anska und die lehrer ich freue mich dass heute dabei seid und dass ihr euch die zeit genommen hat mit mir ein bisschen über ja bei euch zu reden und über dinge zu sprechen die auch meine community interessieren wir danken dir für die für die einladung vielen vielen dank ja vielen dank sehr sehr gern also ihr zwei bevor wir anfangen möchte ich natürlich fragen wie es euch geht und was jetzt zur zeit der corona krise in deutschland und den ausgangssperren so macht ja also uns geht es gut so weit unsere familie auch es ist keiner bisher irgendwie erkrankt und sonst auch alle gesund was machen wir die ganze zeit ja wir sind ja dann kurz bevor das so richtig los ging alles bevor deutschland die grenze dicht gemacht hat nach österreich wir wohnen nämlich in in wien sind wir dann von wien zurück nach deutschland gefahren zu meiner familie und verbringen jetzt hier die zeit damit wir halt in wien nicht in einer kleinen bude sitzen müssen wo wir nicht mal einen garten haben oder irgendwas und hier haben wir einen großen garten und können uns auch mal aus dem weg gehen wenn wir uns auf den sack gehen ja was verbringen viel zeit auch im garten wo wir versuchen so ein bisschen die vögel zu fotografieren und was da so rum kreucht und fleucht und sonst haben wir nebenbei noch unibel es hat unsere uni relativ schnell hinbekommen dass alles online zu stellen ja ja haben vorlesungen ab und zu hier haben wir einfach mehr möglichkeiten in wien oder in österreich generell sind ja momentan die ausgangssperren dann schon deutlich strikter und strenger und hier in deutschland gibt es ja zumindest noch keine wirklich flächendeckende ausgangssperre das heißt wir können zumindest jederzeit raus wir wohnen hier direkt am teuteburger wald und können halt jederzeit auch getrennt voneinander mal irgendwie ein bisschen abstand und jeder für sich irgendwie raus und ein bisschen erkunden solange man sich natürlich an die an die ja regelungen die irgendwie festgelegt wurden hält aber ja es ist alles alles soweit in ordnung für uns hat sich jetzt erstmal nicht nicht viel geändert außer dass wir aus der ganz recht kleinen wohnung in wien jetzt halt hier bei leas eltern sind und ja wie lea gesagt hat wir verbringen viel zeit im garten und können da auch ein bisschen fotografien fotografieren noch und ja es ist ich würde sagen es ist nicht alles beim alten aber es ist auf jeden fall alles noch verkraftbar so es ist so wie es ist für uns erstmal okay also das klingt so als ob ihr euch jetzt gut damit arrangiert habt und ein paar lösungen für euch gefunden habt jetzt in der situation zurecht zu kommen und damit umzugehen ich möchte gern bevor wir auf die ganzen medialen sachen eingehen noch mal kurz darüber sprechen was ihr in wien macht denn ihr seid da nicht ohne grund in österreich und ja wie es dazu kam dass die zuhörer kurzen einstieg bekommen wer ihr seid was ihr macht und warum wir uns auch heute unterhalten ja also wir beide studieren zusammen wildtierökologie und wildtiermanagement nennt sich der ganze studiengang im master in wien an der boku und wir kamen eigentlich dazu dass wir beide schon im bachelor etwas recht ähnliches studiert haben es hat sich auch wildtiermanagement genannt damals dort haben wir uns letztendlich auch kennengelernt im bachelor und ja wir haben beide eigentlich vorher schon vor dem studium beide sind wir sehr in die richtung gegangen dass wir halt irgendwas mit wildtieren zumindest ja später beruflich machen wollen und haben dann eine ganze zeit ja jeder für sich so nach möglichkeiten gesucht verschiedene sachen ausprobiert und ja uns hat dann so der der weg dann so langsam richtung bachelor studium geführt wo wir uns kennengelernt haben und jetzt mittlerweile sind wir dann jetzt in wien angekommen und sind jetzt im dritten semester schreiben je nachdem wie das jetzt hier alles natürlich weitergeht nächstes jahr unsere masterarbeit das ist zumindest angesetzt ob sich das jetzt alles verschieben wird ist das wird man dann natürlich noch sehen aber ja das studieren wir und sind damit auch sehr zufrieden und happy und ja ihr macht den master in wien das heißt danach wird dann mit sicherheit auch das ganze spannend mit der frage wo geht es hin was macht ihr konkret denn ihr seid ja dann sozusagen schon sehr breit aufgestellt wenn ihr erfahrungen in deutschland hat erfahrungen in österreich da gibt es bestimmt viele möglichkeiten wie ist es jetzt für euch noch einmal konkret in der hochschule du sagtest das semester hat angefangen ihr habt jetzt auch schon vorlesungen gehabt ihr müsst mit sicherheit auch sachen schon ausarbeiten oder hausarbeiten schreiben ist das bei euch jetzt alles aufgrund der situation komplett digital umgestellt oder gibt es schon einige inhalte die auch verschoben werden oder ausfallen müssen ja also die vorlesungen an sich die halt wirklich wo wir eigentlich nur im raum sitzen würden und halt quasi im hörsaal sitzen würden und dem dozenten zu hören würden die sind weitestgehend online die meisten bisher aber natürlich wir hatten ziemlich viele da das jetzt das sommersemester ist ziemlich viele fächer wo es nur halt nur exkursionen hätten eigentlich und eine exkursion kann man natürlich nicht übers internet machen und die wurden jetzt haben wir nachricht bekommen die wurden jetzt verschoben quasi eigentlich auf unsere semesterferien und die müssen wir dann im juli und zwischen juli und september dann halt quasi nachholen die exkursion ja dafür dann keine semesterferien aber sonst alles so die ganzen normalen vorlesungen sind online und unsere hausarbeiten die wir zwischendurch machen müssen dass irgendwas verschriftlichen müssen das läuft alles ganz normal weiter das geben wir ganz normal ab und ja okay also das ganze dann sehr theorie orientiert und mit wenig praxis in dem sinne weil ihr ja nicht raus könnt oder raus dürft und da eingeschränkt zeit ja genau das thema semesterferien jetzt hast du gesagt eure semesterferien werden dadurch beschnitten oder müssen vielleicht sogar teilweise wegfallen wie ist das jetzt und da könnte vielleicht den bogen zu instagram spannen wie ist es für euch jetzt im zuge der ganzen gestaltung im sommer zum beispiel für projekte oder für kooperationen und so weiter und so fort wie ihr das ganze dann jetzt da gestaltet gibt es da schon was gibt es vielleicht auch projekte die aufgrund der situation auch verschoben wurden oder abgesagt wurden oder seid ihr da entspannt und können das alles relativ alles noch gut regeln ja also es ist halt so dass wir jetzt sowieso ab heute offiziell auch stimmt kann ich habe gestern offiziell auch osterferien haben da wäre eigentlich schon ein ein trip geplant gewesen der hatte jetzt mit instagram wenig zu tun aber generell mit dem fotografieren natürlich also es war wir haben geplant nach polen zu fahren wo wir halt uns ein bisschen in die wildlife fotografie auch vertiefen wollten noch weiter und wir haben für dieses jahr eigentlich keine großen projekte geplant weil das tatsächlich dieses jahr relativ fürs studium geplant war und uns da drauf zu konzentrieren wir hatten letztes jahr recht große projekte und recht viel auch und dementsprechend wollten wir dieses jahr einfach ein bisschen ruhiger machen auch weniger reisen jetzt ist das ganze natürlich erzwungen aber wir haben wirklich noch keine fixen pläne außer jetzt polen aber selbst da haben wir nichts gebucht oder oder sonstiges und dementsprechend hatten wir jetzt speziell für die fotografie und für instagram gar nicht so viel auf dem zettel dieses jahr deswegen ist es für uns jetzt nicht weiter dramatisch wir sind jetzt auch nicht irgendwie davon finanziell oder oder auch beruflich abhängig für uns ist immer noch das studium das was am wichtigsten ist und alles was wir an freier zeit quasi zur verfügung haben versuchen wir dann möglichst irgendwie auf die fotografie für instagram und so weiter aufzuteilen aber ja uns gingen jetzt erstmal keine keine großen pläne flöten zum glück da können wir echt glücklich drüber sein dass wir noch nichts gebucht haben noch nichts fix geplant natürlich hatten wir gewisse dinge im kopf vor allem für die semesterferien die ja bei uns recht lang sind also insgesamt fast ja um die drei monate da bleibt natürlich viel zeit zum reisen an sich ähm und wir hatten so verschiedene sachen im kopf auch verschiedene ja organisationen oder oder veranstalter die wir hätten mal kontaktieren wollen mit denen wir zusammenarbeiten hätten wollen ähm aber das wird sich jetzt halt um mindestens ein bis zwei jahre verschieben und außerdem wollten wir eigentlich dass das die großen semesterferien noch für ein praktikum nutzen für ein achtwöchiges ähm also auch fürs studium ob das alles klappt das wissen wir noch nicht das wollten wir in berchtesgaden machen ähm ja also es hat sich noch ist nichts fix dieses jahr und es hat sich noch nicht dementsprechend irgendwas geändert okay da seid ihr ja gut aufgestellt für dieses jahr ja auch wenn ihr weniger geplant habt da habt ihr echt riesiges glück gegenüber manchen foto oder videografen die feste projekte jetzt schon hätten und da jetzt komplett zurückrudern müssen und alles umstellen müssen und auch ja mit vielen verlusten jetzt leben müssen äh ich glaube da habt ihr einen guten stand und so geht es glaube ich wenigen ähm aber ich freue mich dass ihr da gut aufgestellt sein seid und jetzt das jahr sowieso für das studium mehr verwenden wolltet und ja daher vielleicht entspannt in die ganzen sachen reingehen könnt genau äh du sagtest ihr hattet geplant gehabt nach polen zu fahren ihr wart aber auch schon letztes jahr ähm nicht nur in polen unterwegs klar ihr wart ziemlich weit weg und zwar wart ihr in namibia ja genau und diesen trip habe ich sehr interessiert verfolgen muss ich sagen ich fand das ja schon das sehr 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 cool dass ihr da sozusagen mit kooperationspartnern dort hingekommen seid und da auch eine ganze menge toller sachen erleben konntet und ja vielleicht wollt ihr kurz erzählen was ihr da gemacht habt und was so die beeindruckendsten momente für euch waren ähm ja also wir waren mit see you camper quasi da ähm und haben uns dann einen camper gemietet und was heißt wirklich nicht wirklich ein camper sondern eigentlich ein auto mit einem zelt auf dem dach und ähm haben einen roadtrip äh dann durch äh namibia gemacht und verschiedene stationen in namibia abgeklappert das land ein bisschen erkundet waren auf safari in einem etosha nationalpark waren an der skelettküste waren in der wüste ja waren in einer ehemaligen deutschen diamantenstadt ähm ja das haben wir da so gemacht ja ja das ging ja ziemlich beeindruckend und muss man sich so vorstellen dass es tatsächlich drückend heißt jeden tag jetzt schon ab dem morgen grauen und alles total staubig ist äh ist es schon so wie es auch die bilder rüber gebracht haben von euch es geht tatsächlich also ich war ich war positiv überrascht weil ich war noch nie vorher also ich war in im nördlichen afrika sage ich mal was ja fast teilweise mehr europäisch als afrikanisch ist ähm und lea hat halt gewisse afrika erfahrungen mitgebracht und wollte halt unbedingt mit mir dahin und mir das alles mal zeigen weil sie dort auch eine zeitlang gelebt und gearbeitet hat und ich habe mir afrika immer wie du schon eben geschildert hast so extrem heiß und unerträglich und staubig vorgestellt dass ich dass ich da irgendwie nie wirklich lust drauf hatte weil ich dachte dass das ist dann irgendwie zu anstrengend auch zum reisen und wir waren beide vorher schon in mehr tropischen ländern und im vergleich dazu hat mir namibia wirklich gut gefallen vom klima das ist total easy irgendwie sich daran zu gewöhnen man ist eigentlich direkt ab dem ersten tag hat man sich da an dieses heiße aber nicht wirklich schwüle und nicht wirklich irgendwie nassfeuchte klima sondern es ist einfach nur heiß aber es bleibt durchgehend heiß und daran kann man sich gewöhnen finde ich wenn ich jetzt wir waren zum beispiel in sri lanka eine ganze zeit lang und da habe ich eine woche gebraucht um mich da erstmal irgendwie an dieses tropisch feucht heiß schwüle klima zu gewöhnen und das hatte ich in namibia überhaupt nicht also es ist heiß es ist auch staubig aber es ist man kommt damit klar weil es einfach konstant ist und dementsprechend finde ich es einfach für reisen und ich glaube auch für familien oder sowas das ist das ist eigentlich an sich echt machbar und easy und gar nicht so schlimm wie man sich vorstellt oder heiß oder ja wir waren ja jetzt auch im september da und september ist quasi so august september sind quasi die wintermonate in namibia das heißt relativ kühl da es war jetzt tagsüber vielleicht mitten in der wüste maximal 35 grad aber wir hatten auch nächte wo ich in zwei hosen und was weiß ich wie vielen pullover und schlafsäcken geschlafen habe weil es gerade mal über 0 grad war das variiert da sehr stark und der september ist auch der trockenste monat das heißt es wirklich null luftfeuchtigkeit da sind fast nie eine wolke am himmel oder irgendwas und deswegen ist es halt eigentlich relativ gut auszuhalten ich weiß jetzt nicht wie es dann ist wenn man im januar dahin fährt nach namibia wo halt dann auch mehr regen fällt und deutlich heißer sein soll kann ich mir auch gut vorstellen dass die luftfeuchtigkeit da dann schon höher ist und dass die hitze dann nochmal eine ganz andere ist als wenn man diese staubtrockene hitze da hat aber ich kenne es auch aus südafrika wo ich ein halbes jahr fast war und da ist das da habe ich mehrere klima also temperaturen quasi miterlebt ich bin im februar da angekommen es war immer super heiß wir hatten teilweise auf in thermometern hatten wir teilweise fast 50 grad die hingen natürlich dann auch in der brechenden sonne also es war dann vielleicht so 40 bis 45 grad es kam einem aber auch dann nicht so vor weil es halt einfach staubtrockener zu war es war jetzt nicht so dass man nur da am ölen war also am schwitzen war oder so aber dann zum ende hin wurde es dann deutlich kälter auch abends und wir hatten zwischendurch auch mal regen und dann waren die regentage die wir da hatten die fünf waren dann schon sehr natürlich dann mit der mit der hohen temperatur dann schon deutlich unangenehmer als die staubtrockene tage quasi wo das dann alles nur noch nass ist ja ja dann regnet hohe luftfeuchtigkeit hat und hitze das ist quasi wie dauersauna da fällt mir sofort ein klar man muss ja dafür viel packen ja man muss viel vorbereiten man muss viel durchdenken und vielleicht auch viele szenarien durchgehen im vorfeld was war so das schwierigste für euch im vorfeld und was lief unermattet gut also das schwierigste war glaube ich generell sich auf diese bedingungen vorzubereiten vor allem wenn was auch das kamera oder die kamera ausrüstung angeht weil man hört natürlich alles mögliche und liest in foren und guckt was andere leute so erlebt haben und eins der häufigsten sachen die ich halt gelesen habe war ja der feine sand aus namibia der kommt quasi überall in deine in dein equipment rein in jede ritze und macht dir quasi alles kaputt und da muss man höllisch aufpassen ähm und dementsprechend macht man sich natürlich vorher gedanken was nimmt man mit und ja wo wechsle ich die objektive und sowas wie wird das alles klappen ähm und letztendlich hat war das gar nicht mal so ein großes problem weil ich meine wenn man jetzt nicht gerade mitten in irgendeinem sandsturm steht was natürlich passieren kann in der wüste ähm dann ist das erstmal kein problem die objektive man muss sich natürlich vorher dann immer ein bisschen gedanken machen was möchte ich jetzt drauf haben auf dem auf der kamera mit was möchte ich fotografieren wenn ich jetzt rausgehe das macht man halt dann im auto drauf und versucht es halt dann auch drauf zu behalten und jetzt nicht irgendwie ständig zu wechseln ähm und wir sind nur zweimal irgendwie im sand gewesen als wirklich windig gewesen war aber bis bis jetzt ist in den objektiven die ich immer noch habe quasi nichts irgendwie ja nichts kaputt gegangen oder man hört auch keinen sand oder sowas also es liegt natürlich glaube ich auch immer an den eigenen erfahrungen die man macht ähm aber ja ich glaube dass also generell die die kameraausrüstung vorzubereiten und zu überlegen was nehme ich überhaupt mit das war so das schwierigste auch was die brennweite angehen das war eigentlich so unser einstieg in die in die wildlife fotografie und dementsprechend waren wir noch nicht wirklich gut gerüstet was kamera und und auch objektive anging und haben uns dann im endeffekt was gemietet was heute heutzutage ja wirklich eine gute möglichkeit ist an objektive die eigentlich recht teuer sind ja für für nur einen gewissen zeitraum ranzukommen und haben uns dann also ein großes 600 mm gemietet was im endeffekt auch wirklich hilfreich war ähm das kann ich auch echt empfehlen für reisen wie diese wo man halt ja mit viel mit wildlife zu tun hat aber vielleicht selbst noch nicht so viel erfahrung hat mietet euch einfach was egal in welche richtung auch ne ne irgendwie ein weitwinkel was extrem gut jetzt ist für die astrofotografie oder sowas ich würde mir sowas mieten wenn ich selbst nicht habe ähm das ist halt einfach echt perfekt für solche für solche reisen 600 mm ähm man sagt ja bei wildlife mehr ist mehr viel hilft viel ja je länger desto besser ähm kannst du das so unterschreiben kannst du sagen es ist schon so oder kommt sich immer darauf an ne überhaupt nicht weil erstens umso länger die brennweite desto schwieriger ist es überhaupt erst mal das ganze ruhig zu halten das heißt dann musst du eh anfangen mit einem stativ oder ähnlichem zu arbeiten was in namibia oder generell ich sag mal in den südafrikanischen ländern kein problem ist weil das meiste wildlife siehst du von deinem auto aus das heißt du kannst die die linse sowieso ablegen auf deinem fenster quasi am besten noch irgendwie mit so einem bonensack oder irgendwie sowas im reissack ähm aber ich würde nicht sagen dass umso länger oder umso umso größer die brennweite desto besser weil im endeffekt ähm hast du irgendwann natürlich auch probleme umso weiter das tier weg ist desto mehr ähm ja wie sagt man dazu diese hitze des hitzeflimmern dazwischen das sieht das merkt man irgendwann schon und das natürlich in solchen ländern sowieso noch mal extrem das heißt das bild oder das ähm das tier wirkt leicht verschwommen durch dieses hitzeflimmern was natürlich auf größere distanz noch viel mehr auftritt und dementsprechend ähm kann das tier noch so scharf sein der autohok ist noch so gut es verschwimmt einfach so ein bisschen ähm und es liegt natürlich auch immer daran was und wie man fotografiert welche tiere ähm man kann natürlich auch von anfang an sagen ich arbeite jetzt nur mit einem 200 mm was teilweise wirklich ausreicht für afrika ähm ähm und arbeitet dann halt mehr damit die tiere in der landschaft festzuhalten also weniger porträts zu machen weniger nah an die tiere zu gehen und dafür halt die tiere in diese ja doch teilweise sehr skurrile landschaft einzubauen ähm was wir teilweise auch gemacht haben aber ja im endeffekt liegt es wirklich daran was man selbst möchte und ähm wie man selbst arbeitet aber natürlich also das das objektiv war ein 150 mm bis 600 und dementsprechend haben wir natürlich so ein bisschen ja Abwechslung drin gehabt und konnten dann halt gucken was passt zu welcher Situation ähm die richtigen Profis arbeiten dann natürlich nochmal mit anderen Linsen ähm das ist aber natürlich eine Preisklasse für sich ähm aber ja also ich würde es nicht direkt so unterschreiben aber natürlich für gewisse Tiere für gewisse Situationen brauchst du natürlich auch eine gewisse gewisse Reichweite an Millimetern ja wenn ihr jetzt diese Reise nochmal machen könntet was würdet ihr an Equipment anders einsetzen oder ja jetzt mitnehmen ja also eigentlich waren wir wirklich gut ausgerüstet wir hatten also Lea hatte eine kleinere Kamera dabei zum Filmen ähm und daran dass das 70 bis 200 mm von Sony ähm zum Filmen halt einfach ähm also von von Wildtieren äh dann hatte sie noch ihr Kit-Objektiv ganz normal dran und ich hatte halt meine Sony A7 II die hätte ich jetzt im Endeffekt was ich auch wirklich kurz überlegt hatte teilweise ähm dass ich mir eine Sony A7 III vorher noch ausleihe weil damals war das Geld ein bisschen knapp weil wir natürlich die Reise so eine Reise kostet natürlich auch was und dann muss man sich dann überlegen was mache ich an an Equipment ähm dass wir uns das 600 mm damals geliehen haben das war wirklich gut weil das hatten wir nicht und wir wussten wir wollten uns das auch nicht schon kaufen weil wir es einfach erst mal testen wollen und dafür war die Reise perfekt ähm ja ja und dann hatte ich noch meine Drohne dabei was natürlich in Namibia auch etwas schwieriger ist äh zwecks Genehmigung und so weiter okay die hätte ich hätten wir jetzt nicht gerade irgendwie ähm da auch Arbeit gehabt ähm und hätten je also hätten Filmaufnahmen machen müssen für den Auftraggeber hätte ich sie wahrscheinlich daheim gelassen ähm auch wenn da viele Landschafts äh Fotografen dann wahrscheinlich wieder sagen würden ja aber das ist super wichtig aber fand ich jetzt nicht ich äh kam auch ohne Drohne echt gut klar um da irgendwie irgendwie spannende äh Aufnahmen zu machen ähm und hätte dann ja also die A7 III hätte ich von Sony schon schon gerne dabei gehabt wegen dem Augen Autofokus ja das hätte das Ganze wirklich einfacher gemacht und vielleicht für Lea ein äh ein kleines Upgrade was die sie hat die äh was hast du die A6300 300 und da hätten wir auch gerne irgendwie aufgerüstet auf 400 oder 500 oder ich bin da auch jetzt nicht mehr ganz so up to date aber auf jeden Fall einfach irgendwas wo der Autofokus besser ist weil der ist bei der A7 II einfach sehr bescheiden ist für Landschaften reicht die vollkommen aus für Wildlife absolut nicht ja ja die A6400 die hat jetzt diesen tollen Autofokus drin und genau ja soll quasi die A7 III in klein sein ja und deswegen überlegen wir uns die als nächstes zu holen als kleine Kamera zum Nebenbeifilm einfach ja es war halt auch das erste Mal dass wir wirklich so gefilmt haben auf einem auf einem Trip wir haben uns ja sonst wirklich nur auf Fotografie ähm konzentriert und diesmal wollten ja auch der Auftraggeber wollte gerne ein paar Filmaufnahmen aber auch wir persönlich wollten gerne eigentlich so ein eigenes Reisevideo haben was wir immer noch nicht geschafft haben weil wir nicht wissen wie wir es bearbeiten sollen weil wir überhaupt keine Ahnung davon haben okay wir haben super viel Material hier ja und diesbezüglich natürlich was uns jetzt im Nachhinein aufgefallen ist was ich hätte vielleicht ein bisschen anders filmen sollen oder vielleicht doch nicht so weit reinzoomen oder so aber das sind halt Sachen das weiß er halt vorher nicht wenn du vorher das noch nie gemacht hast und das ähm dann denkst du natürlich wenn du nachher nochmal drauf zurückguckst ja es sind geile Aufnahmen aber vielleicht dann doch wieder ein bisschen anders hätte ich vielleicht doch ein bisschen anders machen sollen oder so wenn ich den Trip nochmal machen würde würde ich wahrscheinlich auf solche Sachen dann äh achten oder wir auf solche Sachen achten ähm aber sonst fand ich eigentlich war mir ziemlich gut zufrieden mit unserem Equipment und bin auch zufrieden mit unseren Ergebnissen bisher ja die Fotos sind super geworden ich hatte mir ja gesehen über das Netz was ich euch noch fragen wollte und zwar wir hatten letztes Jahr Kontakt als ihr gesagt hättet ihr wollt mehr filmen und äh da hatten wir vor allem Ansgar ein bisschen Kontakt gehabt zu dem Thema ähm genau und also allein deshalb freue ich mich schon dass ihr äh das quasi weitergemacht habt dass ihr da dran geblieben seid dass ihr auch Ergebnisse habt ich freue mich auch auf das Video egal wann es kommt wenn es immer kommt egal wann es kommt und äh das ist eine wunderbare Überleitung zu dem was ich noch fragen wollte zu Namibia zum Abschluss ähm wenn ihr jetzt noch mal hinfliegen solltet ähm weil es klang ja jetzt schon so ein bisschen für mich raus als ob ihr das gern machen würdet äh was würdet ihr anders machen im Sinne von gibt es etwas wo ihr sagt das haben wir gar nicht gemacht oder zu wenig gemacht das würden wir gern mehr tun ich nehme Bezug jetzt auf was wir uns in Namibia angeguckt haben oder auf unser auf unsere Fotoergebnisse oder also vor allem den den fotografischen Fokus ihr habt jetzt die Tiere sehr äh ja sehr intensiv sozusagen äh porträtiert und ich meine in Namibia kann man auch eine ganze Menge mehr machen ja da gibt es Fotografen die dort Portraits shooten da gibt es auch einen ganz bekannten deutschen Fotografen und äh oder Milchstraßenfotos machen oder ganz spezielle Sternkonstellationen äh fotografieren oder nur Pflanzen also das war so das was mich noch jetzt an der Stelle interessiert hat ob ihr da was anders machen würdet im Sinne von ein anderer Fokus oder nö wir würden genau das schon machen aber mit den und den Besonderheiten noch ich glaube dass wir uns dadurch dass wir sowieso sehr akribisch planen ähm schon recht zufrieden waren mit dem was wir alles gesehen fotografiert und erlebt haben ähm wie du sagst ist Namibia einfach echt eine top äh Destination für für jeden Astro Milchstraßenfotograf das äh hätte man natürlich gerne noch noch ein bisschen weiter ausgereizt wir hatten letztendlich nur eine Nacht wirklich wo wir oder sagen wir mal zwei Nächte dann gegen Ende wo wir wirklich Milchstraßen fotografieren konnten ähm man muss dann aber auch bedenken dass ja letzte die letzten Nächte das sind natürlich dann nach drei Wochen reisen ähm unter recht krassen Bedingungen da hat man dann auch einfach nicht mehr so die Power ähm um irgendwie auch noch ich meine man muss nicht mitten in der Nacht raus das ist ja das Gute dort das ist wirklich es wird dunkel und du siehst die Sterne ähm und die Milchstraße kommt siehst du auch ab 8 Uhr sag ich mal ähm also du kannst quasi noch vorm vorm Schlafen gehen noch ein bisschen die Milchstraße fotografieren aber trotzdem es raubt natürlich Energie und du möchtest am nächsten Morgen für Sonnenaufgang ja eigentlich auch wieder bereit sein und fit sein und möchtest auch irgendwo noch ein bisschen den Urlaub genießen das Einzige was ich anders machen würde oder wir ist denke ich dass wir mehr entspannen einfach und weniger fotografieren weil es ist einfach so gerne man es macht es ist halt auf solchen auf solchen Reisen einfach extrem kräftezehrend ständig bei Sonnenaufgang aufzustehen und den ganzen Tag unterwegs zu sein ständig irgendwie zu fotografieren und manchmal fehlt auf solchen Trips dann auch ein bisschen die Entspannung wobei wir das halt auch schon als einen Arbeitsauftrag angesehen haben und dementsprechend uns auch angestrengt haben es gibt auch Trips wo wir das Ganze ein bisschen entspannter angehen wenn das jetzt nur für uns ist aber ja ich glaube so 1-2 Nächte mehr vielleicht und dann vielleicht auch mal an manchen Orten eine Pause einlegen und wirklich den Ort genießen anstatt immer durch den Sucher zu gucken und einfach die Momente zu erleben wie sie sind anstatt sie sich dann später auf der Kamera oder auf dem Laptop anzugucken den Moment einfach mal genießen und verweilen das stelle ich mir sehr gut auch vor wenn man dort ein bisschen mehr Zeit hat und nicht arbeiten muss ok vielen Dank erstmal zu euren Beiträgen zu Namibia ich wollte jetzt gerne noch den Bogen spannen zum nächsten Thema und zwar zum Thema Instagram zum Thema mediale Präsenz von euch natürlich das ist kein Geheimnis dass Ansgar wenn ich mal euch beiden Kanäle vergleiche den ihr betreibt ja keinen gemeinsamen sondern jeder für sich einen Kanal und quasi gehen trotzdem beide zusammen da können wir gleich drüber sprechen und mir ist aufgefallen dass Ansgar natürlich den deutlich größeren Kanal betreibt mit einer deutlich größeren Reichweite nicht an Beiträgen sondern auch an Rückmeldungen von der Community sei es Follower oder Likes Kommentare wie auch immer und das ist natürlich einerseits schon mal ordentlich bei dir Ansgar wie du da aufgestellt bist und ich habe gesehen dass du so im Schnitt ungefähr 600 Beiträge inzwischen hast du hast ungefähr 2000 Likes auf deine Bilder im Schnitt auch und bekommst auch ordentlich Rückmeldungen du hast aber seit diesem Jahr oder zumindest seit einer geraumen Zeit angefangen deinen Content etwas mal umzustellen auf Wildlife wie wir gerade auch besprochen hatten was war bei dir so der Moment wo du gesagt hast ich möchte jetzt gerne etwas anderes machen erklär doch bitte mal kurz was sozusagen der Ursprung der Änderung war und ja wie es dir jetzt damit geht also der Ursprung für die ja für den Umschwung sage ich mal auf Wildlife oder mehr Wildlife orientierte Fotografie war glaube ich tatsächlich Namibia einfach weil wir seitdem diese Ausrüstung haben und das Ganze mich auch echt extrem gepackt hat und ich mir also in der Landschaftsfotografie ich habe mich nicht gelangweilt aber mir hat dann teilweise irgendwo dann auch der Reiz gefehlt ich habe das Ganze halt echt intensiv gemacht über die letzten Jahre wir waren unfassbar viel unterwegs und wie eben schon gesagt es ist sehr sehr kräftezehrend auch dann nebenbei halt noch diesen Instagram Kanal aufrecht zu erhalten und ja ständig sage ich mal zu posten jetzt auch nicht nur jetzt Posts oder Bilder selber sondern auch Storys von denen ich wirklich viele mache einfach um mehr von mir und was wir so machen zu zeigen ich finde es gibt einfach eine gewisse Bindung als zu seinen Followern als wenn man als wenn man ständig nur Bilder postet und irgendwie ja nichts von sich preisgibt wer eigentlich dahinter ist und ich finde es halt einfach extrem wichtig dass man sich immer wieder irgendwie ja so ein bisschen neue Herausforderungen neue Challenges setzt um einfach nicht in so einem gewissen Trott zu bleiben oder gefangen zu bleiben und ich glaube diese Namibia Reise die kam da echt genau gelegen weil Namibia hat unfassbar spektakuläre Landschaften keine Frage aber es hat eben auch Wildlife was relativ zugänglich ist und sich glaube ich für Anfänger ganz gut geeignet hat weil ich merke schon dass es jetzt in Europa wieder zurück schon etwas schwerer ist und du kannst natürlich nicht wie bei Landschaften diesen Content sage ich mal produzieren du kannst das nicht erzwingen oder sowas du musst einfach du musst einfach erstens Glück haben mit den Situationen mit Tieren du brauchst eine gewisse Geduld die du mitbringen musst das haben wir alles aber wir haben es halt vorher immer nur im beruflichen Sinne gehabt vom Studium her oder für Praktika oder alles was im Rahmen von Wildlife war war halt zum Studium und nicht wirklich zur Fotografie gebunden und das war halt so glaube ich der Auslöser wo wir uns gesagt haben das kann man eigentlich schon gut verbinden noch mehr als wir es vorher gemacht haben eben das Studium und die Fotografie und jetzt versuchen wir beide so ein bisschen noch mehr Wildlife zu beobachten zu fotografieren und halt auch zu präsentieren im Endeffekt aber ich glaube wenn man durch meinen Feed scrollt so richtig schön weit dann wird man irgendwann auch sehen dass solche Änderungen schon öfters kamen ob es jetzt Farben sind oder generell der komplette Style der sich geändert hat die Art und Weise wie ich fotografiere das hat sich mehrmals geändert und es wird sich auch weiterhin ändern weil ich echt der Meinung bin dass man nicht irgendwie gefangen sein sollte in einem gewissen Style das hat natürlich auch was es gibt viele große Accounts die wirklich ihr Ding komplett durchziehen und farblich komplett aufeinander abgestimmt sind für mich fehlt dann aber irgendwann diese Abwechslung und ja ich möchte natürlich auch mir selbst und meinen Followern etwas bieten und halt mich irgendwie stetig sage ich mal weiterentwickeln du sprichst gerade was Interessantes an und zwar das Thema Mehrwert bieten Mehrwert für deine Follower für die Community im Allgemeinen auch dort wie geht es bei euch zusammen inwieweit arbeitet ihr zusammen was Beiträge angeht also seien das jetzt Storys oder einfach nur eine Caption für ein Bild wie funktioniert das bei euch beiden wir betreiben jeder separat unseren eigenen Instagram Account und es ist jetzt nicht so dass ich eine Caption für Ansgar schreibe oder andersrum meistens schreiben wir unsere Captions komplett individuell wo wir sage ich mal so ein bisschen als Team dann vielleicht arbeiten ist dann wirklich wenn die Bilder aufgenommen werden weil das passiert eigentlich immer immer sind wir zusammen wenn die Bilder eigentlich aufgenommen werden und wenn sie wenn wir sie bearbeiten dann ist es immer so dass ich wenn ich mein Bild bearbeitet nochmal zu Ansgar gehe und sage mal guck mal wie findest du das hättest du noch irgendwie eine Idee was man machen kann oder Ansgar sagt auch wenn er seine Bilder bearbeitet halt immer gefällt dir das so und dann geben wir uns gegenseitig halt quasi Feedback was zu der Bearbeitung und sowas oder der Bildausschnitt oder was weiß ich aber was wir wann hochladen und was wir dazu schreiben auch in unseren Storys und so nicht wirklich arbeiten wir da zusammen das machen wir jeder so wie er mag dann betreiben wir noch unsere Website zusammen die machen wir halt wirklich komplett zusammen und da sprechen wir dann natürlich ab welchen Content wir da drauf packen auf unsere Website aber sonst eigentlich nicht okay das heißt also es läuft schon ein bisschen zusammen aber dann im Output am Ende doch wieder getrennt voneinander ja okay super also ja wir haben letztens auch die Frage bekommen von jemandem warum wir denn nicht einen gemeinsamen Instagram Kanal haben und ich verstehe ich verstehe das schon also dass manche das auch so machen würden aber wir sind ja trotzdem individuelle Menschen und wir haben individuelle Ideen und wir haben einen individuellen Geschmack ich glaube hier ein ganz bekanntes Beispiel sind Twin the World heißen die glaube ich auf Instagram ich glaube die sind auch zu zweit meine ich und die haben auch manchmal so ein paar Storys gemacht wie sie sich halt dann auch ein bisschen zoffen darüber wie jetzt der Edit sein soll und sowas und das also ich glaube solche Dinge möchten wir einfach vermeiden weil ich meine klar vielleicht überlegen wir uns das irgendwann mal dass wir zusätzlich noch einen Account der von uns beiden sag ich mal gestaltet wird aufbauen der würde dann aber wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung mehr in die Richtung unserer Website gehen aber wie gesagt also wir sind individuell und dementsprechend pfuscht da keiner dem anderen irgendwie im Account rum aber wir geben uns natürlich Input und Tipps und wie Lea gesagt hat gerade was die Bearbeitung angeht da haben wir halt einfach verschiedene Geschmäcker und dann kommt das immer ganz gut wenn man nochmal eine Meinung irgendwie von dem anderen bekommen hat oder auch so von wegen hier kann ich das so schreiben ist das in Ordnung oder kommt das irgendwie falsch rüber wenn da einfach jemand anderes das nochmal durchliest das gibt dir einfach nochmal einen gewissen Input aber im Endeffekt versuchen wir irgendwie auch sehr stark unsere Individualität zu bewahren und das sowohl in Posts als auch Storys und sowas und Ansgar ist auch ein bisschen mehr so der Perfektionist sag ich mal wenn er wenn er was auf Instagram hochlehrt dann muss er da schon 100% mit zufrieden sein das muss perfekt sein und bei mir ist es halt eher so bei mir kommt so das Bild ist für mich persönlich perfekt aber vielleicht für jemand anders nicht so und für mich ist es halt irgendwie das hat das Bild wahrscheinlich ein bisschen mehr die Bedeutung an sich oder der Moment der hinter diesem Bild steht und dann poste ich das trotzdem auch wenn vielleicht der Fokus nicht perfekt sitzt oder wenn ich weiß auch nicht wenn irgendwas da nicht so perfekt an dem Bild ist dann poste ich das halt meistens dann trotzdem weil ja da sind Ansgar und ich halt einfach ein bisschen unterschiedlich also versteht ihr das auch sozusagen die beiden Kanäle als eine Form von Ausdruck der Individualität und Persönlichkeit und wollt es schon gern so getrennt weiterführen und überlegt vielleicht in der nahen oder fernen Zukunft etwas gemeinsam zu gestalten ähnlich wie die Webseite wie du gerade gesagt hast Ansgar die Webseite genau kannst du mir kurz sagen seit wann die bei euch direkt online ist und wie es dazu kam dass ihr ja gesagt habt wir wollen oder brauchen eine Webseite das ist tatsächlich schon ganz schön lange also 2017 war das meine ich als wir in Sri Lanka waren also ich weiß noch ganz genau wie wir besprochen haben naja das stimmt also wie wir besprochen haben online ist die glaube ich Anfang 2018 genau ja aber besprochen ja genau und besprochen haben wir das Ganze 2017 als wir in Sri Lanka waren relativ gegen Ende wir haben dort gearbeitet also nicht fotografisch sondern für unser Studium auf dem Praktikum waren wir dort fünf Monate und es war gegen Ende und das war auch so glaube ich die intensivste Zeit die wir so bis dato mit Fotografie verbracht haben und haben halt unfassbar viel Feedback quasi auf unsere Fotos bekommen auch wenn wir das damals sage ich mal ich sage mal unprofessionell gemacht haben ich habe mich gerade erst so ein bisschen in die Bildbearbeitung reingefuchst hatte noch meine alte Nikon weiß ich D3 200 war das glaube ich also ja so eine gute Einsteigermodell mit den beiden Kit Linsen die es damals gab und aber wir haben halt echt viel Feedback auf die Fotos bekommen und unser Arbeitgeber von dort hat auch ganz viele Fotos auf deren Website quasi hochgeladen als ja als Impression sage ich mal als Backgrounds und sowas als Hintergründe und das hat uns irgendwie dann auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und damals haben wir dann mit einem Freund der uns dort quasi besucht hat oder zwei Freunde die eine ist die Cousine von Lea mit denen haben wir halt irgendwie geredet und der eine hat sich ganz gut irgendwie so im Marketingbereich ausgekannt und hat dann halt gesagt ja hier heutzutage muss man doch eigentlich seine Bilder und bla bla alles auf Instagram stellen und ich hatte mich ich hatte Instagram damals aber ich hatte da vielleicht fünf Bilder hochgeladen von ja persönlichen Momenten sage ich mal also ich habe mich da nicht weiter damit beschäftigt und er meinte ja das geht heutzutage auch alles ganz gut und man kann da auch viele Menschen erreichen und dann habe ich gesagt naja dann versuche ich es halt mal und dann haben wir gesagt dann wenn wir das machen dann machen wir es aber auch richtig und das war dann glaube ich so der Knackpunkt und wo wir dann halt erstens die Website irgendwie aufgebaut haben weil wir haben von solchen Dingen wirklich wenig Ahnung aber es hat dann irgendwie mit viel Hilfe von dem besagten Freund dann geklappt ja und ich habe dann halt auch dann Ende 2017 meinen Instagram Kanal sage ich mal offiziell eröffnet ja also das kam alles so zusammen ja das war so der 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 Auslöser damals ja hast du das Gefühl heutzutage ist eine Website vielleicht wieder wichtiger als vielleicht noch vor zwei Jahren bist du der Meinung das ist quasi egal es reicht auch diese mediale Präsenz über Instagram Facebook und alle anderen Kanäle wie siehst du das oder wie seht ihr beide das also ich glaube wenn jemand das einfach nur so Hobby mäßig verfolgen möchte das mit der Fotografie oder Social Media generell dann braucht man jetzt nicht unbedingt eine Website wenn man wirklich nur Bilder hochladen möchte aber wenn man es schon professioneller machen möchte auch wenn man sage ich mal ein bisschen mit der Fotografie vielleicht Geld verdienen möchte dann ist eine Website auf jeden Fall nochmal ein bisschen professioneller als vielleicht ein Instagram Account und bei uns ist die Website ja nicht nur eine Website wo wir dann noch zusätzlich Bilder hochladen sondern wir haben ja auch einen Blog da und schreiben über ja wir haben Reiseblogs wir haben Naturschutz Blogs über Naturschutz über Tierschutz so über Nachhaltigkeit und so und das ist natürlich sind oft Dinge die man nicht einfach so auf Facebook oder auf Instagram packen kann weil die Texte halt einfach dafür viel zu lang sind das wird sich nie einer durchlesen aber auf der Website dann vielleicht oder auf unserem Blog dann vielleicht schon und es ist auch eine andere Art Bilder ein bisschen die wir hochladen also ja die Bilder auf Instagram sind dann schon so vom Format her und alles auf Instagram zugeschnitten und auf unserer Website kann man auch mal andere Formate hochladen die halt auf Instagram vielleicht nicht so funktionieren würden ja die ein bisschen fernab vom Thema des Feeds sind am Ende ja wo ihr ein bisschen was anderes auch präsentieren könnt ich fand es bisher sehr interessant für euch mal zu hören wie denn das ganze Namibia Projekt war wie ihr bei Instagram aufgestellt seid und was auch so ein bisschen euch persönlich ausmacht wer sozusagen hinter den Bildern hinter den Geschichten steht wie du gesagt hast Ansgar ich finde es auch persönlich immer sehr sehr spannend und interessant wenn die Menschen die hinter diesen Bildern sind auch mal zeigen wer sie denn sind was sie tun und ja ein bisschen beschreiben was denn deren Leben so ausmacht und jedes Mal wenn ich in einem Nationalpark stehe und fotografieren möchte und meine Drohne im Rucksack habe dann denke ich an euch mit euren mit euren weisen Worten bitte keine Drohne im Nationalpark fliegen lassen da bin ich doch sehr oft zwiegespalten und hin und her gerissen das muss ich tatsächlich zugeben also seitdem wir uns kennen hat das auch mit mir was gemacht letztendlich bin ich auch reflektiert in meinem Handeln und überlege dann schon okay mache ich das jetzt oder lasse ich das sein und es muss ja nicht immer sein für jedes Bild ja nein und ich denke das ist auch das was mir auch aufgefallen ist in euren Inhalten so in der Gänse jetzt gesprochen ihr vermittelt so ein bisschen eine gute Sammlung gutes Potpourri aus euren Erfahrungen persönlich aus euren Projekten und aus eurem Studium das was sozusagen auch die Menschen mitbekommen sollen zum Thema Umweltschutz und auch Gedanken zur Umwelt beziehungsweise auch das Thema Nachhaltigkeit was denn wirklich Nachhaltigkeit ist und so weiter und ich muss sagen das fällt mir in jedem Beitrag von euch auch auf dass ihr das versucht immer wieder mit einer anderen Art und Weise auch anzusprechen dass die Leute wirklich getriggert werden aber nicht auf eine aufdringliche Art und Weise sondern wirklich angenehm und auch mit dem schönen verbundenen Sinne von schaut euch an wie schön die Natur ist und ja jedes Mal wenn ich draußen bin fällt mir auf ich denke an euch und vor allem so ein bisschen an das was ihr auch so vermittelt dann diese Natur und Wildlife mache ich nicht aber diese Naturgeschichte mache ich zwar auch schon einige Jahre aber intensiv erst seit dem letzten Jahr und das ist natürlich unwahrscheinlich von Vorteil wenn man auch Menschen wie euch kennenlernt die einem da Tipps geben können und sei es einfach nur der Hinweis Drohne fliegen im Nationalpark bitte nicht machen und aber ja das ist auch ein spannendes Thema für sich denn auf diesen Karten der deutschen Flugsicherung stehen meistens Naturschutzgebiete nicht als Flugverbotszone drin mir ist aufgefallen dass sie das seit ein paar Monaten jetzt nachgezogen haben es gibt mittlerweile Gebiete die sind da jetzt auch rot aber zum Beispiel der Silvenstein-Stausee der ja auch Nationalpark ist der war bis letztes Jahr nicht eingekreist und da war es sozusagen nur das Gewässer als Flugverbotszone und der Rest nicht und das ist dann mal so der Punkt wo man sich dann auch vor Ort mal ja einen Streit verwickeln könnte mit den Rangers wenn man dann der Meinung ist man kann im Nationalpark fliegen laut Karte aber laut Verordnung des Landes oder des Bundes geht es nicht und das ist auch ein sehr ja heikles Thema da sollte man höchst sensibel sein ja an dieser Stelle ein kleiner Exkurs zur Drohne wie sieht es denn das Thema Drohne fliegen zur Natur und auch so ein bisschen der Anspruch ein Bild unbedingt haben zu wollen aber es geht vielleicht nicht weil die Regularien es nicht zulassen ja also es ist wie du sagst es ist einfach ein sehr sehr zwiespältiges Thema es ist halt also was uns extrem wichtig ist dass man einfach in geschützten Gebieten die die aus gutem Grund sage ich mal geschützt sind es gibt ganz verschiedene Gründe warum jetzt ein Gebiet speziell geschützt ist ob es jetzt besondere Tierarten vor allem besondere Vögel sind die dort leben oder die Natur selbst geschützt ist der Ort ist irgendwie besonders die Landschaft ist besonders das ist halt natürlich extrem wie du sagst es ist einfach extrem schwer sich da dass es dort irgendwie gebündelt irgendwie irgendwo einem gesagt wird was darfst du und was darfst du nicht es gibt ja diverse Apps die sagen einem dann du darfst hier jetzt nicht fliegen die sagen aber immer nicht warum die sagen dann vielleicht okay das ist ein Naturschutzgebiet also Silvenstein Speicher zum Beispiel das ist kein Nationalpark aber es ist halt ein Naturschutzgebiet oder zumindest ein Teil davon ist geschützt dazu kommt natürlich noch dass es auch wenn wenig Verkehr ist es ist eine recht große ich glaube eine Bundesstraße sogar ich weiß es gar nicht mehr genau ja es müsste eine Bundesstraße sein und Gewässer ist sowieso auch nochmal so eine Sache für sich mit 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 Drohnen und was halt beim Silvenstein Silvenstein ja Silvenstein See so so extrem wichtig sage ich mal ist ist dieses Isar Delta würde ich jetzt schon fast sagen also es ist ein bisschen weiter wenn man weiter fährt als diese ja bekannte Brücke fährt man quasi entlang der Isar und das ist halt ein extrem ursprünglicher Fluss da wurde nicht viel gemacht das ist halt pure Natur und sowas haben wir in Deutschland sehr sehr selten vor allem was Flüsse angeht die meisten Flüsse vor allem die größeren Flüsse die sind einfach irgendwann im Laufe der Zeit natürlich ja begradigt worden komplett die Ufer wurden gemacht einfach so dass man dass es keine wilden Flüsse mehr sind sondern die Flüsse die man gut beschiffen kann mit Schiffen und das hat mit Natur eigentlich recht wenig zu tun das heißt wenn du über einen normalen Fluss was natürlich auch verboten ist fliegen würdest hätte das für die Natur jetzt keinen großen Einfluss das ist einfach verboten weil dort gewisser Verkehr auch ist wie auf Straßen oder auf Gleisen auch und beim Silvenstein Speicher das ist ja an sich ein Speicher ist es halt einfach so dass wirklich diese Isar so ein extrem ursprünglicher Fluss ist und das heißt viel Natur heißt natürlich auch Rückzugsort für viele Tiere im Besonderen für Vögel und das ist natürlich gerade in der Brutzeit jetzt fängt die gerade wieder an extrem fatal wenn dann da anfangen irgendwie jeden zweiten Tag irgendwelche Drohnen rumzufliegen das ist natürlich eine gewisse Gefahr erstmal für die Tiere nicht nur von der Lautstärke her auch von der Silhouette sieht es natürlich einem Greifvogel zum Beispiel sehr ähnlich und dementsprechend ist es halt einfach wir verstehen es vollkommen wenn die Leute das überhaupt nicht auf dem Schirm haben das ist auch ich ab von vor als ich die Drohne bekommen habe das war auch 2018 glaube ich der Reiz diese Drohne zu fliegen das war eigentlich größer als alles andere und da hat man eigentlich quasi alles ausgeblendet was man hätte vielleicht auch wissen müssen und ist einfach geflogen wo man dachte das ergibt ein schönes Motiv und auch ich bin damals in Naturschutzgebieten geflogen das möchte ich auch irgendwie gar nicht verheimlichen oder sowas ich habe damals auch mir einfach keine Gedanken drüber gemacht weil wie du sagst man überlegt sich dann immer jetzt soll ich die Drohne starten oder auch die Kamera anmachen soll ich jetzt hier ein Foto machen oder nicht lohnt es sich und das Problem ist halt bei der Drohne du kannst nicht eben mal kurz durchgucken und siehst dann ah es sieht vielleicht gar nicht so gut aus oder es sieht nicht so aus wie ich es mir vorgestellt habe sondern du musst sie erstmal nach oben schicken und dann ist sie eben schon in der Luft und dann ist das übel quasi schon schon getan das ist halt nicht wie bei der bei der Kamera und dementsprechend wir verstehen das echt wenn Leute sich gewissen Sachen nicht bewusst sind oder auch gewisse Regeln einfach nicht kennen auch oft im Nationalpark sind oft nicht auf irgendwelchen Karten oder Verbotskarten eingezeichnet was ich immer noch nicht ganz verstehen kann auch der Königssee zum Beispiel in Berchtesgaden ist natürlich schon Teil des Nationalparks Berchtesgaden und da sehe ich noch relativ häufig Drohnenaufnahmen einfach weil auch vor Ort es gibt Drohenschilder also Verbotsschilder vor Ort aber die hängen unter der Augenhöhe das siehst du eigentlich als sage ich mal normaler Mensch wenn du jetzt nicht irgendwie am Boden sage ich mal liegst siehst du das nicht und das ist natürlich auch ein Unding finde ich also die Transparenz diesbezüglich ist einfach total schlecht und auch in den Apps ist es schlecht und dementsprechend kann man vielen keinen Vorwurf machen man kann aber aufklären und das ist das was wir versuchen mittlerweile sachlich fundiert aufzuklären den Leuten zu sagen warum es denn so schlimm ist dass man doch vielleicht sich irgendeinen anderen Ort suchen sollte zum Drohnen fliegen ja man hat immer man hat immer egal wo man fliegt natürlich einen gewissen Einfluss auf die Natur und auf die Tiere aber es gibt halt trotzdem geschützte Gebiete wo man eben den Wildtieren so ihren gewissen Rückzugsort lassen sollte und möglichst sich ruhig verhalten sollte auch ohne Drohne wenn man auch nur mit Kamera unterwegs ist gibt es halt gewisse Verhaltensregeln ja wie ist es bei euch konkret hat bei euch hat sich das Fotografieren bei euch verändert im Sinne von ihr fliegt jetzt deutlich weniger Drohne oder kaum noch oder wie du gerade gesagt hast nur noch gezielt wo es erlaubt ist und wo ihr auch ein gutes Gewissen habt ja auf jeden Fall also es umso mehr wie auch im Studium selbst lernen desto mehr verändert sich das Ganze natürlich ins eventuell teilweise zu extreme auch wir wissen es nicht man muss da einfach sich so gewiss einpendeln einfach aber wir achten mittlerweile sehr drauf dass wir auch wenn wir jetzt in Richtung Wildlife Fotografie gehen dass wir die Tiere fotografieren aber nicht stören dabei sondern uns ja wir sind erstmal zweitrangig und wichtig ist halt einfach dass man dann vielleicht auch mal kein Foto bekommt wenn es halt nicht gehen sollte ohne das ohne das Tier zu stören und deswegen versuchen wir uns da immer ein bisschen zurückzuhalten die Drohne haben wir eigentlich mittlerweile sehr sehr selten nur noch im Gepäck also ich mache es mittlerweile so dass ich zwei drei Apps wirklich absuche wenn wir jetzt gezielt irgendwo hinfahren und gucke ja kann ich da fliegen überhaupt lohnt es sich die mitzunehmen früher hatte ich sie halt quasi immer dabei und jetzt ist es wirklich nur wenn ich weiß man kann dort fliegen dann nehme ich sie mit und selbst dann entscheide ich vor Ort nochmal störe ich irgendjemanden auch störe ich irgendwelche anderen Menschen die jetzt vielleicht hier gerade unterwegs sind weil so eine Drohne ist einfach laut und irgendwie auch nervig es nervt auch mich selbst muss ich sagen weil einfach wenn man morgens unterwegs ist es ist Sonnenaufgang es ist friedlich es ist ruhig und dann fängt dieses Surren an was einfach nervig ist also es ist halt einfach so wenn sich das vielleicht irgendwann mal ergibt und die die Propeller leiser und leiser werden ergeben sich andere Probleme aber zumindest ist dann schon mal die Lautstärke weg und dann ist es vielleicht auch für Mitmenschen etwas entspannter weil das kann ich schon verstehen dass die Leute einfach genervt davon sind wenn sie rausgehen in die Natur die Natur genießen wollen die Ruhe die Entspannung genießen wollen und dann kommt sowas das heißt halt eine andere Art und Weise zu fotografieren und da sollte sich glaube ich jeder von uns einfach mal irgendwie an die Nase fassen und überlegen muss es jetzt sein oder reicht nicht auch wie sonst auch früher gereicht hat die Kamera wenn man jetzt wirklich irgendwo wir waren zum Beispiel in Schottland letztes Jahr und da war es super das ist extrem weitläufig kaum Menschen wir waren auch noch in der Off-Season da ich hatte überhaupt gar kein schlechtes Gewissen wenn ich da mit der Drohne rumgeflogen bin okay es war eh extrem windig es war irgendwie stürmisch und Regen und du hast sie sowieso nicht mehr gehört wenn die irgendwie zehn Meter über dir war aber da hatte ich nie ein schlechtes Gewissen weil da wusste ich genau ich störe weder Tier noch Mensch und nerv auch nicht mich selbst damit ja aber es hat sich extrem bei uns geändert und wir versuchen immer mehr darauf zu achten was sollte man machen auch züglich gehe ich jetzt hier mal vom Weg ab oder nicht sollte ich das machen oder nicht da sind wir schon recht extrem in dem in dem Maß das stimmt schon aber ja es hat sich hat sich einiges geändert ja kann ich mir gut vorstellen dass aus dem Wissen auch ein gewisses Bewusstsein zur Verantwortung dann wächst und dir dementsprechend auch euch verändert und anders handelt mich würde jetzt noch interessieren weil du gesagt hast Veränderungen und es hat sich einiges auch ja nicht nur verändert sondern wurde auch umgestellt bei euch wie sieht denn eure Planung für dieses und nächstes Jahr aus wir haben darüber gesprochen dass ihr einiges weniger macht wegen dem Studium und wegen dem Abschluss nächstes Jahr auch aber gibt es Projekte wo ihr sagt da freuen wir uns drauf die haben wir vor und diese Reiseziele würden uns noch extrem ja interessieren die würden wir gerne noch in Angriff nehmen geplant haben wir jetzt so eigentlich gar nichts oder also wir hatten ja also Polen war halt geplant das war auch eigentlich ein wirklich ja ein Trip auf den wir uns extrem gefreut haben da wären wir eigentlich jetzt jetzt am Freitag losgefahren von Wien aus Richtung Slowakei und dann wären wir dort ein bisschen im hohe Tatra Gebirge wandern gegangen und dann halt weiter nach Polen wo wir uns noch mit Freunden hätten getroffen dort gibt es halt ja extrem noch ursprüngliche Wildnisgebiete wo wirklich auch viel Wildlife zu sehen ist und wir waren halt schon mal dort in Polen und das das war 2018 meine ich oder ich glaube nee ach Quatsch das war ja schon 2017 ja oder 16 sogar ich weiß es gar nee 17 glaube ich im Mai und es war einfach also es war wirklich eines der beeindruckendsten und wirklich ja der dieser Trip was damals eine Exkursion mit der Uni war der bleibt bis heute noch so extrem im Kopf dass wir einfach echt unfassbar gerne nochmal wieder dahin wollen würden und das haben wir uns natürlich unfassbar drauf gefreut und das ging jetzt leider flöten und dementsprechend müssen wir halt gucken wann wir das halt nachholen dieses Jahr wird es sicherlich nichts da bin ich mir auch absolut ja fest der Überzeugung dass wir glaube ich dieses Jahr alle unsere Reisen erstmal streichen können und uns um vielleicht wichtigere Dinge kümmern sollten ja und dann für den Sommer hatten wir schon irgendwas geplant aber wie gesagt absolut nichts nichts fixes da waren wir haben uns verschiedene Gebiete quasi in den Kopf gesetzt und dann hätte man natürlich geguckt hätte man irgendwo auch vielleicht einen Partner gefunden mit dem man arbeiten kann hätte sich diesbezüglich irgendwas ergeben also da war wirklich von Afrika bis irgendwie wieder Ost Südosteuropa Balkan da war alles irgendwie im Gespräch und das hätte man glaube ich recht spontan gemacht weil wir auch noch nicht gewusst haben wann und wo machen wir unser Praktikum wir hoffen wie gesagt wir kommen wieder nach Berchtesgaden zum Praktikum und das ist natürlich so oder so fotografisch eine sehr reizvolle Gegend für Tiere und für Landschaften und damit werden wir auch erstmal zufrieden wenn sowas klappt und alles weitere sehen wir dann wie sich das Ganze entwickelt aber wie gesagt wir hatten tatsächlich ausnahmsweise mal gar keine konkreten Pläne und hätten geguckt was ergibt sich spontan Landschaft und Wildlife Fotografie das sind ja quasi nicht gleich vergleichbare Themen aber in gewisser Weise auch wieder schon und da würde ich euch bitten vielleicht noch kurz Tipps zu geben gerade für Anfänger die sagen ich interessiere mich dafür jetzt hier die Vögel vor der Tür zu fotografieren oder zum Thema Landschaft einfach mal was anzufangen habt ihr da hilfreiche Ideen und Ansätze wo ihr sagt mach das das hat uns geholfen so kommt es zumindest gut rein also zu der Wildlife Fotografie kann ich nur sagen ihr müsst auf jeden Fall Geduld mitbringen ihr könnt euch kein wirkliches Bild im Kopf setzen weil es immer wie auch bei Menschen kannst du theoretisch nur sagen mach deinen Arm so leg deinen Kopf ein bisschen nach rechts oder so das geht bei Tieren nicht die machen halt das was sie wollen und vor allem Wildtiere das heißt man darf nicht so eingeschränkt sein in seiner Bild in seiner Bildvorstellung nimm dir die Zeit hab Geduld weil das klappt nicht einmal alles auf Anhieb und ist halt mit viel Glück auch verbunden versuch so ein bisschen das Tier zu verstehen such wenn du dir eine bestimmte Tierart raussuchst dann fließ vielleicht ein bisschen was über das Tier wie wo kommt es überhaupt vor weil wenn ich jetzt ein Reh unbedingt im Wald fotografieren möchte dann kannst du vielleicht Glück haben und es steht im Wald aber die Wahrscheinlichkeit dass du es irgendwo auf einer offenen Wiese findest mitten im Wald oder auch am Waldrand ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich einfach höher dass es dann da grast gerade und solche Dinge halt einfach wo kann ich die Tierart überhaupt finden wie verhält die sehe ich ist die extrem scheu oder ja das sind halt so Dinge die ich zur Wildtier Fotografie halt so ein bisschen halt sagen kann ja es ist halt so dass wie Lea gesagt hat bei der Wildtier Fotografie ist es tatsächlich so dass das beste Equipment kann dir nicht helfen wenn irgendwie dein Wissen über die Tiere fehlt weil du kannst noch so eine große Brennweite haben wenn du halt nicht weißt wo die Tiere sind wo du sie sich aufhalten wie die sich verhalten wie du dich verhalten musst dann wird es schwierig und da sehe ich auch den großen Unterschied zur Landschaftsfotografie weil bei der Landschaftsfotografie musst du tatsächlich kein großes Wissen finde ich mitbringen was hilfreich ist dass du ein gewisses ja einen gewissen Spürsinn fürs Wetter einfach hast um zu gucken wie wird es vielleicht auch am nächsten Tag da kann man natürlich auch wenn man sich da richtig auskennt in der sagen wir Meteorologie kann man natürlich echt extrem krasse Sachen machen da fehlt bei mir auch komplettes Wissen weil natürlich Bastian Werner zum Beispiel der Wetterfotograf aus Deutschland der hat über solche Themen natürlich auch Bücher rausgebracht wenn du da dich gut ausgänzt natürlich dann kannst du dich auf die Landschaft einspielen und weißt wann du wo sein solltest aber wie gesagt du kannst eigentlich zu jeder Zeit sag ich mal oder jeden Tag dir eine gewisse Location raussuchen da hingehen und einfach hoffen dass es gut wird das ist einfach fix und da kannst du dich natürlich dann mit einem gewissen technischen Equipment halt viel besser darauf vorbereiten als jetzt irgendwie auf Wildlife live ich kann keine wirklichen Tipps geben was das technische angeht weil ich finde halt jeder hat so seinen eigenen Style und den muss er halt irgendwie auch finden also viele sagen ja wenn du Landschaftsfotograf bist dann musst du einen Weitwinkel haben und dann musst du auch ND Filter haben weil man muss ja auch hier den Himmel abdunkeln und man muss irgendwie möglichst weit fotografieren auf jeden Fall brauchst ein Stativ da so ein Fehler auf den ich am Anfang gehört habe dass man gewisse Regeln befolgen muss es ist einfach nicht so also ich habe dann irgendwann also ich habe jetzt gerade meinen Weitwinkel verkauft weil ich es einfach überhaupt gar nicht mehr benutze ich selbst nutze ein ganz klassisches Zoom von also es ist ja eigentlich das 24 70 was bei Tamron halt dafür ist es ein bisschen günstiger dafür es 28 75 glaube 8 Blende ich fotografiere eigentlich oft mit dem hohen ISO weil ich einfach dann viel flexibler bin was was die Verschlusszeit und so weiter angeht und ich arbeite auch mit einer recht offenen Blende auch in der Landschaftsfotografie also ich gehe selten irgendwie auf Blende 8 meistens bin ich irgendwas bei 2.8 bis Blende 4 weil das einfach zu meinem persönlichen Stil viel besser passt ich arbeite mit verschwommenem Vordergrund Hintergrund und ja arbeite nicht irgendwie mit dem klassischen Stativ und ISO 100 Blende 8 das mache ich eigentlich so gut wie gar nicht dann muss irgendwie schon ganz besonderer Moment sein dass ich den so einfangen möchte mein Stativ nutze ich jetzt mittlerweile auch nur noch für die Wildlife Fotografie für klar braucht man es für gewisse Momente wie jetzt irgendwie die Sterne oder man möchte mal eine Langzeit Belichtung machen das natürlich auch vollkommen in Ordnung ist aber da muss halt jeder so seinen eigenen Stil finden und ich finde man sollte nicht irgendwie am Anfang sich auf irgendwas irgendwie ja auf irgendwas hören ja beschränken und irgendwie denken man muss das jetzt genauso machen weil der andere das macht man soll einfach ausprobieren was einem selbst am besten liegt und heutzutage haben wir extreme Möglichkeiten gute Kameras man kann sich objektive leihen die dann wieder zurückgeben wenn es einem doch nicht so liegt ich würde einfach echt sagen man soll so viel es geht einfach ausprobieren und ja rausgehen probieren und gucken was einem am besten liegt das heißt also wenn ich die Vogelart vor meiner Tür gut kenne dann kann ich sie auch da fotografieren und die beste Kamera ist die die ich dabei habe so ist es ist halt wirklich so auch du kannst theoretisch auch deine Vogelart du musst halt kreativ sein du kannst deinen Vogel das versuche ich jetzt nächste Woche auch mit dem Smartphone zu fotografieren und zwar dann stellst du es halt auf ein Stativ und holst und Bluetooth auslöser und wenn du weißt wann die Vögel wo sind oder du baust dir ein gewisses Setup wo die Tierart eventuell auftauchen könnte kannst du da auch mit anderen Objektiven arbeiten auch in 200 Millimeter ist im Garten schon mal gar kein Problem und eventuell auch eine ganz normale Zoom Linse natürlich hast du dann nicht irgendwie diese extrem nahen Portraits von Wildtieren aber es liegt halt wie gesagt am eigenen Anspruch am eigenen Budget natürlich auch und ja man braucht eine gewisse Kreativität es geht alles irgendwie ja also ein bisschen back to the roots aber mit dem Smartphone denn Lea da wollte ich gerne drauf zu sprechen kommen ist die ganz erfolgreiche Smartphone Fotografin hier in den in den Kreisen die ich so kenne und Lea magst du kurz dazu was sagen ja also als wir damals damals letztes jahr kennengelernt haben da hatte ich ja noch keine also ich hatte eine kamera aber ich habe sie seit jahren nicht mehr berührt und das ist halt auch wie ansgars damals so eine nikon d100 oder so so eine anfängerkamera einsteiger kamera ich habe mich nie wirklich mit dieser kamera befasst ich habe immer nur auf den auslöser gedrückt und das war's und habe sie dann auch nie wieder wirklich so angefasst und habe dann als ansgar so sein mit seiner fotografie angefangen hat ich bin ja immer mitgekommen habe ich dann angefangen irgendwann mit meinem handy und der lightroom mobile app zu fotografieren einfach erstmal weil ich auch überhaupt kein geld hatte um mir überhaupt irgendeine kamera zu kaufen und ja dann habe ich halt angefangen weil mein smartphone das hatte ich halt damit zu fotografieren und natürlich man ist ein bisschen eingeschränkter weil man hat nicht wirklich eine zoom linse sei denn man hat jetzt das neue huawei oder so ich hatte jetzt auch nicht das neuste smartphone und aber ich hatte diese lightroom mobile app und da kannst du im raw fotografieren und du kannst eigentlich wenn du lightroom hast auch für einen pc dann kannst du alles in dieser app auch eigentlich machen was du auch am computer machen würdest und halt zusätzlich direkt deine bilder in dieser app schießen du bist viel eingeschränkter was halt manche sachen eingeht aber du wirst auch kreativer weil du halt nicht mal eben näher ran zoomen kannst oder du kannst nicht mal eben so einfach so einen schönen vordergrund nehmen oder was weiß ich was sondern musst es halt irgendwie immer anders machen du musst deinen körper viel mehr bewegen du bist halt eigentlich mehr mit dieser kamera mit dem handy verbunden und musst halt so dein bild irgendwie schießen und also es geht auf jeden fall also man muss nicht immer die beste kamera haben sondern wenn man erst mal anfangen möchte mit der fotografie also vor allem wenn man gerade erst anfängt und man weiß überhaupt nicht ob das was für mich ist dann würde ich auch das smartphone nehmen weil die sind mittlerweile die kameras sind ja trotzdem gut und vor allem wenn man es nur auf kleinen bildschirmen präsentiert wie auf instagram wo jeder sich die bilder nur über das handy anguckt dann siehst du auch nicht unbedingt eine deutlich schlechtere qualität oder sowas also es fällt natürlich dann wahrscheinlich schon auf wenn du es dir dann groß als poster ausdrucken möchtest aber wenn du es erst mal nur auf instagram präsentieren möchtest oder auch gar nicht präsentieren möchtest wenn du es einfach nur für dich ein paar bilder haben möchtest warum dann nicht das smartphone nehmen und du warst damit ja auch relativ gut unterwegs du warst auch ziemlich erfolgreich mit deinen fotografien im Sinne von du hast ja quasi damit auch deinen instagram kanal befeuert und gefüttert ja lange sehr lange genau und du hast auch bei verschiedenen contests mitgemacht ja genau magst du das kurz erzählen ja es kam oft auch rückenmeldung wenn ich dann mal bilder auf instagram hochgeladen habe dass dann so ich habe ganz oft runter geschrieben das handy ist ach das foto ist mit dem smartphone aufgenommen worden und da kam auch direkt die rückenmeldung wie mit dem smartphone echt jetzt und den leuten ist das oft gar nicht bewusst dann in dem moment dass es halt wirklich ein smartphone bild ist und wenn man es nicht direkt sagt und man wird auch am anfang immer nur relativ viel belächelt wenn man sagt ich mache mal Bilder mit dem smartphone aber vielleicht sollte man es manchmal nicht sagen und dann einfach die Bilder zeigen und dann können sie ja mal drüber nachdenken ob es mit dem smartphone gemacht oder nicht man sieht es halt manchmal wirklich echt nicht auch wenn man jetzt ein Landschaftsbild was Ansgar mit seiner Kamera gemacht hat oder ich dann danach mit dem smartphone wir wissen es natürlich ich habe es mit dem smartphone gemacht aber man sieht es vielleicht nicht unbedingt und es gibt auch viele Wettbewerbe Handy Fotowettbewerbe oder sowas wo man mitmachen kann da dürfen dann nur Handybilder quasi mitmachen und immer noch nebenbei Bilder mit meinem Handy oder mit Ansgars Handy wenn wir unterwegs sind zum fotografieren und ja da hatten wir einmal hatten wir ein Bild gemacht von meinem Hund und damit haben wir gewonnen dann auch im Endeffekt und schon öfter nominiert gewesen mit unseren Handybildern wer hätte das gedacht Smartphone Preise gewonnen genau ja sehr gut sehr gut und dann konnte ich mir auch meine normale Kamera kaufen also über das Smartphone zur Kamera genau vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen sozusagen von klein zu groß aber ja klar das ist auch eine Möglichkeit und da gibt es ja auch ein paar Leute die ähnlich wie du sozusagen auch mit dem Handy nur in Anführungszeichen fotografieren und da aber auch echt tolle Ergebnisse abliefern und wie du gesagt hast man sieht es vielen Bildern nicht an welche Kamera dahinter war teilweise auch nicht mal welches Objektiv wobei das müssen wir ein bisschen ausklammern aber ja oftmals sieht man nicht in welchem Foto in dem Foto welche Kamera hat dieses Bild gemacht war es das Handy war es jetzt die Spiegelreflex oder genau ja was war es jetzt für beiden ja ihr beiden bevor wir jetzt zum Abschluss kommen kommt natürlich noch die angekündete schnell Frage runter genau ich nehme noch schnell einen Schluck Wasser ich auch glaube ich ich habe keins ok ja muss man einfach schnell antworten oder geht es darum wer schnell das antwortet wir machen das so genau Ansgar also stell die Frage Ansgar antwortet zuerst dann danach Lea und dann kommt die nächste Frage genau das sind acht Fragen die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen schon ein bisschen zugeschnitten aber mehr möchte ich nicht verraten ja ich würde sagen wir fangen einfach an Frage Nummer eins RAW oder JPEG RAW RAW blaue Stunde oder goldene Stunde goldene Stunde goldene Stunde jetzt kommt ziemlich spannend Sony oder Nikon Sony Sony ok Systemkamera oder DSLR System ja ich kenne mich damit nicht aus ich sage mal geht es schon los sag das was ich sage einfach System also Spiegelreflexkamera ok fünfte Frage Abenddämmerung oder Morgengrauen 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 ok sechste Frage Qualität oder Quantität Qualität Qualität ja ok schwierig ja es war schon ich musste kurz überlegen was war es aber auf jeden Fall Qualität ok Lightroom oder Luminar Lightroom Lightroom ok und Hochformat oder Querformat jetzt muss ich jetzt muss ich tatsächlich überlegen aber ich würde sagen mittlerweile wieder Querformat Hochformat ok da haben wir einen Unterschied ok vielen Dank ja das war die Schnellfragerunde mit acht Fragen bei einigen ja war es wahrscheinlich deutlich und absehbar was ihr dann dazu sagt aber bei einigen war auch eine Schwierigkeit drin verbaut ich hoffe das war ok auf jeden Fall ja super und ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht absolut ja sehr schön da freue ich mich ihr beiden ich bedanke mich für den Podcast mit euch und ich freue mich auf die Rückmeldungen der Zuhörer und ja ich werde dann alle Rückmeldungen dann auch über die Kanäle ein bisschen streuen und dann sagen was die Rückmeldungen waren und Fragen an euch werde ich auch weiterleiten alle die euch jetzt immer noch nicht kennen oder gefunden haben Ansgar und Lea sind auch bei Instagram wie gesagt sehr gut und deutlich vertreten und Ansgar Lenzen heißt er und Lea Punkt Milde schaut vorbei ja zieht euch die tollen Bilder rein also mehr muss ich nicht dazu sagen und wer Fragen hat soll sich gerne im Nachhinein melden und in diesem Sinne ja vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal macht's gut ihr beiden Dankeschön bis zum nächsten Mal Tschüss Tschau 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 Tschau